Heute habe ich mal wieder mehrere Fälle für euch und zwar 6 Fälle von Paaren, die gemeinsam gemordet haben. Ich muss euch allerdings direkt wieder mal warnen, einige Details der Fälle sind ziemlich heftig. Bitte denkt daran, ein Like dazulassen und abonniert noch schnell den Kanal, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Alvin Howard Neely Jr. wird im Jahr 1953 in Georgia in den USA geboren. Nachdem er als Jugendlicher in Autoliebstähle verwickelt war, heiratet er bereits sehr jung. Doch während seiner Ehe, im Alter von 26 Jahren, lernt er die 15 Jahre alte Judith Ann kennen. Die beiden beginnen ein Verhältnis und kurz darauf lässt Alvin sich von seiner ersten Frau scheiden. Judith stammt aus Tennessee und ihr Vater ist bereits gestorben, als sie noch ein Kind war. Nachdem sie mit Alvin zusammenkommt und ihn kurz darauf heiratet, beginnt sie, mit ihm gemeinsam Raubüberfälle zu begehen. Nie in der näheren Umgebung, sie fahren im ganzen Land herum. Währenddessen schlafen sie in ihrem Auto und hin und wieder übernachten sie auch in einem Hotel. Als sie schließlich von der Polizei nach einem Überfall in einem Einkaufszentrum geschnappt werden, ist Judith von Alvin schwanger und während sie im Jugendarrest ist, bekommt sie Zwillinge von ihm. Da sie nur wegen einem Überfall angeklagt wurden und keiner sie mit weiteren Taten in Verbindung bringt, kommen sie nur wenige Monate später wieder frei. Nach ihrer Freilassung lässt Judith sich sofort wieder mit Alvin ein. Auch dass sie nun Eltern von Zwillingen sind, hält sie nicht auf. Die beiden geben sich selbst die Spitznamen Boni und Claude und behaupten später, sie selbst seien nicht mehr gewesen als eine Comicversion des berüchtigten Duos Boni und Clyde. Doch in Anbetracht der Taten, die nun folgen werden, kann man dies nicht unbedingt bestätigen. Am 11. September 1982 wird auf einen Mitarbeiter der Jugendhaftanstalt, in der Judith war, viermal aus dem Hinterhalt geschossen. Er wird nicht getroffen. Am nächsten Tag steht das Haus einer Kollegin von ihm in Flammen, nachdem jemand einen Molotow-Cocktail hineingeworfen hatte. Beide von ihnen erhalten danach Anrufe einer Frau, die behauptet, während ihrer Haft auf bestimmte Art misshandelt worden zu sein. Doch keiner der beiden kann die Stimme der Frau zweifelsfrei identifizieren. Judith und Alvin jedoch fangen gerade erst an. Am 25. September entführen sie die 13 Jahre alte Lisa N. Milliken aus einem Einkaufszentrum. Sie hatte dort ihre Freunde, die genau wie sie in einem Jugendheimleben verloren und Judith hatte ihr ihre Hilfe angeboten. Schließlich überzeugt sie sie, zu ihr und Alvin ins Auto zu steigen. Sie nehmen das Mädchen mit in ein Hotel in Scottsboro und beginnen dort, sie zu misshandeln. Nicht nur Alvin, sondern auch Judith führen bestimmte Handlungen gegen ihren Willen mit ihr durch und zwar mehrfach über drei Tage hinweg. Anschließend wollen sie sie vergiften und spritzen ihr mehrfach Abflussreiniger in beide Seiten des Halses. Sie haben in einer Fernsehsendung für Kriminalfälle gehört, dass diese Methode des Mordes später nicht mehr nachweisbar sei. Doch als Lisa Stunden später immer noch lebt, schießt Judith ihr in den Rücken. Anschließend werfen sie ihre Leiche in den Little River Canyon, der sich in der Nähe befindet. Judith selbst ruft in den Tagen danach mehrfach anonym die Polizei an und sagt ihnen, wo die Leiche des Mädchens zu finden ist. Hätte sie dies nicht getan, wäre Lisas Leiche in der fast 30 Meter tiefen, kaum zugänglichen Schlucht möglicherweise jahrelang unentdeckt geblieben. Suchmaßnahmen nach ihr hatten bislang nur in ihrem Wohnort Rome stattgefunden, wo sie auch entführt worden war. Selbst nach den ersten beiden Anrufen von Judith bleibt die Suche der Polizei im Canyon erfolglos. Erst als sie bei einem dritten Anruf ganz konkret die Stelle im Canyon beschreibt, können Lisas Überreste dort gefunden werden. Am 4. Oktober bietet Judith einem jungen Paar Janice Chapman und John Hancock an, sie im Auto mitzunehmen. Die beiden willigen ein. Nach einer Weile hält Judith in der Nähe eines weiteren Wagens an, in dem sich Elvin befindet. Judith fordert John auf, nun bei Elvin einzusteigen und sagt, dass sie mit Janice weiterfahren würde. John wundert sich, doch schließlich steigt er in Elvins Wagen, in dem sich auch die beiden kleinen Kinder der Nilis befinden. Nachdem Judith und Elvin eine ganze Weile hintereinander hergefahren sind, halten sie schließlich auf einem Feldweg an. Elvin sagt zu John, dass er aussteigen und gehen solle. John ist irritiert, doch aufgrund der merkwürdigen Vorgänge widerspricht er nicht und beginnt, den Weg entlang zu laufen. Dabei wird er von Judith in den Rücken geschossen. Die beiden Täter fahren nun mit Janice in ein Motelzimmer und auch sie wird über Stunden hinweg von dem Paar auf grausame Weise misshandelt und schließlich erschossen. Doch ihr Freund John hat die Schussverletzung, die Judith ihm zugefügt hatte, überlebt. Er konnte einen LKW-Fahrer anhalten, der ihn ins Krankenhaus gefahren hat. Nachdem dort die Kugel aus seinem Rücken entfernt wurde, ist er bereits am nächsten Tag bei der Polizei, die Johns Geschichte jedoch zunächst nicht wirklich ernst nimmt. Kurz darauf befindet sich die 13 Jahre alte Debbie Smith auf der Polizeistation. Am Tag, als John und Janice angegriffen wurden, ist sie selbst von einer Frau in einem Fahrzeug angesprochen worden, die sie überreden wollte, bei ihr einzusteigen. Die Polizei spielt ihr nun die Tonbandaufnahme der Frau vor, die bei ihnen angerufen hatte, um den Ablageort von Lisa Ensleiche mitzuteilen. Während das Band läuft, kommt auch John erneut zur Polizeistation, da auch er eine weitere Aussage machen sollte. Er hört die Aufnahme und sagt sofort, dass dies die Frau sei, die auf ihn geschossen hätte. Nun hat er endlich das Interesse der Ermittler. Da er beschreibt, dass die Frau noch sehr jung gewesen sei, lässt der leitende Ermittler sich das komplette Register aller Frauen schicken, die sich im Jahr zuvor in der Jugendhaftanstalt befunden haben. Nach einer ausführlichen Recherche und dem Abgleich der Wohnorte, Arbeitsstellen und Ehepartner der ehemaligen Insassinnen richtet sich der Verdacht gegen Judith Neely. Während John, als er ein Foto von ihr gezeigt bekommt, nicht sicher ist, bestätigt die 13-jährige Debbie sofort, dass dies die Frau ist, die sie in ihrem Auto mitnehmen wollte. Elvin und Judith werden daraufhin drei Wochen lang von der Polizei observiert, bevor sie schließlich festgenommen werden. Die 18 Jahre alte Judith ist zu der Zeit erneut schwanger und bekommt auch dieses Kind, während sie hinter Gittern ist. Nicht nur die beiden Morde können dem Paar nachgewiesen werden, sondern auch, dass Judith die Anschläge auf die Mitarbeiter der Jugendhaftanstalt verübt hat. Elvin erhält eine lebenslängliche Haftstrafe, allerdings wird er wegen des Mordes an Lisa N. Milliken gar nicht angeklagt, sondern lediglich seine Frau Judith, die das Mädchen ja erschossen hatte. Judith erhält im Alter von nur 18 Jahren für diese und ihre anderen Taten die Todesstrafe. Im Januar 1999 soll sie hingerichtet werden, doch der damalige Gouverneur Bob James wandelt ihre Strafe nur wenige Tage vor dem geplanten Termin in eine lebenslängliche Haftstrafe um. Elvin ist im Jahr 2005 im Gefängnis verstorben. Judith befindet sich bis heute hinter Gittern. Am 11. September 2017 findet ein Techniker, der Straßenreparaturen in der russischen Stadt Krasnodar vornimmt, ein Handy, das jemand verloren hat. Es ist nicht verschlüsselt und so schaut er sich einige Inhalte an, die darauf gespeichert sind. So stößt er auf das Selfie eines Mannes, der mit einer abgetrennten Hand posiert, die er im Mund hat. Der Techniker traut seinen Augen kaum. Dann sieht er noch ein Foto, den abgetrennten Kopf einer Frau. Er macht sich sofort mit dem Handy auf den Weg zur Polizei. Dort kann der Besitzer des Handys ermittelt werden. Es handelt sich um den 35-jährigen Dimitri Bakšejev. Er lebt mit seiner 42-jährigen Frau Natalia Bakšejeva, die als Krankenschwester tätig ist, zusammen in einer Wohnung auf dem Gelände einer Flugschule, für die er arbeitet. Als die Polizei mit dem Handy bei ihm eintrifft, behauptet Dimitri zunächst, dass er bei einem Waldspaziergang auf die menschlichen Überreste gestoßen sei und spontan die Selfies damit gemacht hätte. Doch die Ermittler halten diese Geschichte für wenig glaubwürdig. Als sie die Wohnung des Paares durchsucht, werden dort zahlreiche menschliche Überreste sichergestellt. Sie sind zum Teil in Salz eingelegt, zum Teil in Einmachgläsern oder im Kühlschrank. Bei einem Verhör geben die beiden an, dass Dimitri bereits seit dem Alter von 17 Jahren, also seit 1999, Menschen umgebracht und sie zum Teil gegessen hätte. Das Paar selbst behauptet, dass es insgesamt über 30 Frauen umgebracht hätte. Die Nachbarn der beiden sagen aus, dass sie öfter einen merkwürdigen Geruch aus ihrer Wohnung wahrgenommen hätten, doch dass sie sich nie getraut hätten, etwas zu sagen, da vor allem Natalia so exzentrisch gewirkt hätte. Die Körperteile, die die Polizei sicherstellen konnte, sind allerdings alle von ihrem letzten Opfer, einer 35-jährigen Frau, die die beiden besucht hatte, nachdem sie sie auf einer Dating-Website kennengelernt hatte. Nachdem sie ihr ein Betäubungsmittel verabreicht haben, ersticht Dimitri die Frau und zerlegt sie anschließend. Mutmaßlich haben Dimitri und Natalia beide von den Körperteilen gegessen. Dimitri sagt, dass sie die meisten ihrer Opfer auf diesem Weg zu sich gelockt hätten, also dass sie sie im Internet kennengelernt hätten und sie zuvor nicht gekannt hätten. Überreste von den früheren Opfern kann die Polizei allerdings nicht finden. Da die Polizei dem Paar aufgrund der fehlenden Beweise nur den allerletzten Mord nachweisen kann, den es begangen hat, wird Dimitri zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Seine Frau Natalia erhält eine Strafe von zehn Jahren. Hätte der Techniker nicht zufällig Dimitris Handy gefunden, wären ihre Taten vielleicht bis heute immer noch nicht aufgedeckt worden. Im Frühjahr 2020 ist Dimitri im Gefängnis an einer chronischen Tuberkuloseerkrankung gestorben. Am 24. Mai 2019 spielt sich eine Tragödie in Shire Green in Sheffield in Großbritannien ab. Die 35-jährige Sarah Barris schreibt mehrere Textnachrichten an Freunde, in denen sie beschreibt, dass ihr Partner, der 39-jährige Brandon Madgin bereits zwei ihrer gemeinsamen Kinder getötet hätte und nun versuchen würde, sie und die anderen Kinder ebenfalls umzubringen. Einer ihrer Freunde, der eine solche Nachricht erhält, meldet sich sofort bei der Polizei. Auch Sarah selbst hat inzwischen die Polizei informiert. Sarah lebt gemeinsam mit ihren sechs Kindern in einem Haus, während ihr Partner Brandon einige Minuten entfernt in einer eigenen Wohnung lebt. Dass die beiden ein Verhältnis haben und dass er der Vater aller ihrer Kinder ist, ist in der Nachbarschaft allerdings gar nicht bekannt. Sie halten Sarah für alleinerziehend. Als die Polizei vor Ort eintrifft, stellt sie fest, dass die beiden ältesten Söhne des Paares, der 13-jährige Tristan und der 14-jährige Blake, tot sind. Sie sind stranguliert worden. Die vier jüngeren Kinder von Sarah und Brandon leben zum Glück noch und können von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Es wird schnell klar, dass Brandon die Tat keineswegs im Alleingang begangen hat. Er hat mit Sarah den Plan gemacht, alle ihre Kinder umzubringen. Bereits am Vorabend hatten sie ihren vier ältesten Kindern eine Mischung aus verschiedenen Medikamenten gegeben, in der Hoffnung, dass sie über Nacht daran sterben würden, was jedoch nicht geschehen ist. So stranguliert Sarah selbst ihren Sohn Tristan mit dem Gürtel ihres Bademantels. Brandon erwürgt Blake mit bloßen Händen. Anschließend versuchen sie, eins der jüngeren Kinder in der Badewanne zu ertränken, was jedoch fehlschlägt. Das Kind gehört zu den vielen, die gerettet werden können, ist jedoch schwer traumatisiert. Zwei der jüngeren Kinder haben die schrecklichen Taten mit angesehen. Nachdem ihr Vorhaben, das dritte Kind zu ertränken, fehlgeschlagen ist, verschanzt Sarah sich mit den überlebenden Kindern im Schlafzimmer und beginnt, die Textnachrichten an ihre Bekannten zu schicken, indem sie ihren Partner als alleinigen Täter beschuldigt. Sarah hatte seit einer Weile Probleme mit dem Jugendamt und sie gibt an, dass sie ihre Kinder mit allen Mitteln davor schützen wollte, in eine Pflegefamilie zu kommen. Sarah ist sich sicher, dass ihr die Kinder weggenommen werden, wenn ihr Geheimnis herauskommt, dass auch der Grund dafür ist, dass sie in ihrer Umgebung niemandem erzählt hat, dass Brandon der Vater ihrer Kinder ist. Die beiden sind nämlich Halbgeschwister. Selbst die Kinder wussten nicht, dass Brandon ihr Vater ist. Für sie war er immer nur ihr Onkel, der er ja auch gleichzeitig tatsächlich gewesen ist. Sie waren der Annahme, dass ihr richtiger Vater bereits verstorben sei. Sarah hat ihnen eine Geschichte erzählt, dass er im Weltkrieg gefallen sei. Dass dies nicht sein kann, wäre zumindest den älteren Kindern sicher auch bald klar geworden. Sarah und Brandon wollten ihr Verhältnis weiterhin geheim halten, indem sie ihre sechs gemeinsamen Kinder aus dem Weg räumen. Beide von ihnen bekennen sich schuldig und erhalten jeweils eine lebenslängliche Haftstrafe mit einer Dauer von mindestens 35 Jahren. Am 28. August 2021 verschwindet die 18-jährige Kanatsu Washino aus dem Sumidawad in Tokio. Nachdem sie abends nicht wie angekündigt nach Hause zurückkehrt, wird sie von ihrer Familie vermisst gemeldet. Die Polizei findet bei ihren Ermittlungen in der Umgebung heraus, dass Zeugen beobachtet haben, wie sie in das Auto eines Paares eingestiegen ist. Die Polizei kann das Auto auf der Aufnahme einer Überwachungskamera ausfindig machen. Sie findet eine weitere Aufnahme des Fahrzeuges, die später am Abend an einer Raststätte an einer Schnellstraße gemacht wurde. Die Polizei kann den Fahrzeughalter ermitteln. Es handelt sich um den 27-jährigen Shohei Komori aus Shibukawa in der Präfektur Gunma. Die Ermittler statten ihm und seiner Frau, der 28 Jahre alten Kasmi, einen Besuch ab. Die beiden haben erst drei Monate zuvor geheiratet. Shohei, der äußerst tierlieb ist, spielt gerne Computerspiele, liebt Anime und beschreibt sich selbst in den sozialen Medien als äußerst familienorientiert. Auch seine Frau Kasmi ist großer Anime-Fan und sie sind durch ihr gemeinsames Interesse aufeinander aufmerksam geworden. Kasmi war bereits zuvor verheiratet und hat aus dieser Ehe bereits drei Kinder. Nachdem beide zunächst abstreiten, etwas über Kanazus Verbleib zu wissen, gestehen sie schließlich, sie umgebracht zu haben. Am 31. August, drei Tage nach Kanazus Verschwinden, fahren sie mit der Polizei zu einer Hütte in der Präfektur Yamanashi. In der Hütte befindet sich Kanazus Leiche. Sie hat vier Stichverletzungen im Rücken und wurde mit einem Seil stranguliert. Shohei erklärt, dass er die Schülerin aus Tokio bereits zwei Jahre zuvor auf Twitter kennengelernt hätte und ab diesem Zeitpunkt regelmäßig Nachrichten mit ihr ausgetauscht hätte. Auch als er sich bereits mit Kasmi auf ihre Hochzeit vorbereitet, bleibt er weiter mit Kanazu in Kontakt. Auch nach der Hochzeit schreiben sie weiter Nachrichten. Seine Frau Kasmi hat dies noch gar nicht mitbekommen. Erst Anfang August bemerkt sie zufällig eine Nachricht von ihr auf dem Handy ihres Mannes. Sie stellt ihn zur Rede. Shohei hat sich nie mit Kanazu getroffen und immer nur Nachrichten mit ihr geschrieben, doch er bemerkt Kasmis Wut. Um sie zu beruhigen, beschließt er, Kanazu einzuladen. Sie willigt ein und am 28. August machen Shohei und seine Frau sich auf den Weg, um sie in der Nähe ihres Hauses in Tokio abzuholen. Kanazu hatte zuvor ihrem Großvater erzählt, dass sie mit einem Freund einkaufen gehen und abends wieder zurück sein würde. Doch die beiden nehmen Kanazu zunächst mit zu ihrem Haus in Gunmar, wo sie die Nacht verbringen muss. Ihren Angaben nach hätten sie die Hütte am nächsten Tag unterwegs zufällig ausgewählt. Sie kannten sie zuvor nicht. In der Hütte stechen sie viermal auf Kanazu ein und erwürgen sie schließlich. Das Messer und das Seil, das sie benutzt haben, stammt aus Shohei's Campingausrüstung, die er im Wagen hatte, als sie an der Hütte vorbeigekommen sind. Danach lassen sie Kanazus Leiche in der Hütte zurück. Kasmi sagt, sie sei eifersüchtig gewesen, da ihr Mann Nachrichten mit einer Schülerin ausgetauscht hätte. Shohei sagt, er hätte seine Frau beruhigen wollen. Der Prozess gegen die beiden hat noch nicht begonnen. David Burney wird im Jahr 1951 als ältestes von sechs Geschwistern in einem Vorort von Perth in Australien geboren. Beide seine Eltern sind Alkoholiker und nachdem sie sich scheiden lassen, kümmert sich der damals zehn Jahre alte David um seine Geschwister. Nachdem Behörden sich einschalten, werden alle Kinder in Betreuungseinrichtungen gebracht und David weigert sich, seine Eltern je wiederzusehen. Catherine Harrisons Mutter ist bereits früh verstorben und nachdem Catherine einen Teil ihrer Kindheit in Südafrika verbracht hat, wo ihr Vater beruflich beschäftigt ist, wird sie von ihm zu ihren Großeltern nach Australien zurückgeschickt, da er sich mit ihrer Betreuung überfordert fühlt. Doch auch ihre Großeltern haben keine Zeit für sie und schieben sie zu einem Onkel ab. Nun lebt das zu dieser Zeit zwölf Jahre alte Mädchen direkt in Davids Nachbarschaft. David ist genauso alt wie sie und er entwickelt schnell eine Besessenheit für Catherine. Nur zwei Jahre später beginnen die beiden ein Verhältnis und mit knapp 16 erwarten sie ein gemeinsames Kind. David hat begonnen in verschiedenen Jobs, unter anderem auf einer Pferderennbahn zu arbeiten. Er interessiert sich für Frauen und Männer gleichermaßen. Einmal entblößt er sich auf der Arbeit auf der Rennbahn vor einem jungen Mann. Dafür wird er prompt gefeuert. Noch während Catherine schwanger ist, beginnt David gemeinsam mit ihr auf Diebestouren zu gehen. Es dauert allerdings nicht lange, bis sie festgenommen und wegen elf Einbrüchen angeklagt werden. David erhält eine neunmonatige Gefängnisstrafe, doch Catherine, die ja schwanger ist, kommt deswegen mit einer Bewährungsstrafe davon. Während David noch im Gefängnis ist, stellt die Polizei allerdings Verbindungen zu noch mindestens acht weiteren Einbrüchen fest, die auf das Konto des Paares gehen. Davids Strafe wird auf drei Jahre erhöht und auch Catherines Bewährungsstrafe wird von wenigen Monaten auf vier Jahre erhöht. Doch nur ein Jahr später bricht David aus dem Gefängnis aus und die beiden begehen weitere Straftaten. Ihr gemeinsames Kind wird ihnen kurz darauf von den Behörden weggenommen. Sie verbringen weitere Zeit hinter Gittern, doch Catherine wird vor David entlassen und bekommt durch die Hilfe eines Polizisten eine Anstellung als Haushaltshilfe bei der Familie McLaughlin. So kommt sie mit dem Sohn der Familie Donald zusammen. Die beiden heiraten und bekommen in den folgenden Jahren sechs Kinder. In dieser Zeit begeht Catherine keine weiteren Straftaten, doch ihre Qualitäten als Hausfrau und Mutter sollen recht bescheiden gewesen sein. Dann ereignet sich eine Tragödie. Ihr ältester Sohn, den sie gemeinsam mit Donald hat, wird vor ihren Augen überfahren und stirbt. Währenddessen versucht David bereits seit längerem wieder mit Catherine Kontakt aufzunehmen, doch er weiß nicht, wo sie wohnt. Er nutzt allerdings alle Möglichkeiten, um dies herauszufinden und erfährt schließlich, dass sie sich nach der Geburt eines Kindes, ihr jüngstes Kind, das sie gemeinsam mit Donald hat, für eine Gebärmutterentfernung entschieden hatte und sich noch im Krankenhaus befindet. Er sucht sie dort auf und die beiden beginnen wieder, sich zu treffen. Zunächst zwei Jahre lang heimlich, doch dann lässt sie sich von Donald scheiden und kehrt nach insgesamt 13 Jahren Trennung zu David zurück. Natürlich beginnen sie wieder, gemeinsam Straftaten zu begehen. Obwohl sie nie offiziell heiraten, nimmt Catherine Davids Nachnamen an. Gemeinsam ziehen sie in die Morehouse Street Nummer 3. David arbeitet inzwischen auf einer Autoschrottpresse. Seine Vorliebe, bis zu sechsmal am Tag gemeinsam intim zu sein, kann Catherine aber auf Dauer nicht nachkommen und so beginnt David zusätzlich ein Verhältnis mit seinem eigenen Bruder James. Zu James' Geburtstag schenkt er ihm eine Nacht mit seiner Frau Catherine. David selbst schaut dabei zu. Da er aber immer noch nicht genug bekommt, beschließen er und Catherine gemeinsam, junge Mädchen zu entführen. Um diesen Plan umzusetzen, schaltet David eine Zeitungsanzeige, in der er Autoreifen anbietet. Kurz darauf, am 8. Oktober 1986 steht die 22-jährige Mary Nielsen vor ihrer Tür, die sich für die Reifen interessiert. Nachdem David sie überwältigt hat, kettet er sie am Bett fest. Catherine schaut bei den folgenden Aktivitäten zu. Nach einer Weile stellt David fest, dass ihm dies nicht genug ist. Er beschließt, dass er bis zum Äußersten gehen möchte, um den absoluten Kick zu erleben. Gemeinsam mit Catherine fährt er Mary in den Wald. Dort fällt er erneut über sie her und stranguliert sie anschließend mit ihren Nylonstrümpfen. Dann sticht er noch auf sie ein. Catherine hilft ihm dabei, ihre Leiche im Wald zu vergraben. Kurz darauf, als David und Catherine im Auto unterwegs sind, nehmen sie eine Anhalterin mit, die 15-jährige Susanna Candy. Sie nutzen spontan die Gelegenheit und nehmen sie mit nach Hause, wo sie sie mehrere Tage lang gefangen halten und beide gemeinsam bestimmte Aktivitäten mit ihr durchführen. Während David das Ganze genießt, wird Catherine schnell neidisch auf die Aufmerksamkeit, die Susanna von David bekommt. Schließlich stranguliert sie sie. David bindet ihr dafür eine Kordel um ihren Hals und Catherine zieht sie so lange zu, bis Susanna tot ist. Die beiden vergraben ihre Leiche neben der von Mary im Wald. Ihr nächstes Opfer ist eine gute Bekannte, die 31-jährige Stewardess Nolene Patterson. Die Burnies haben sie bereits mehrfach besucht. Als Nolene auf einer Landstraße das Benzin ausgeht, ruft sie von einer Telefonzelle aus bei den Burnies an. Sie ist sich sicher, dass David ihr helfen wird. Ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen, steigt sie kurz darauf bei ihren Freunden ins Auto, als sie sie abholen. Doch natürlich wird auch sie in der Morehouse Street ans Bett gekettet und drei Tage lang den üblichen Grausamkeiten ausgesetzt. Wieder wird Catherine neidisch. Sie hat den Eindruck, dass Nolene bei ihrem Mann emotionale Gefühle auslöst. Dies macht sie rasend und sie dreht völlig durch. Sie droht David damit, sich etwas anzutun, sollte er Nolene nicht sofort umbringen. Da David sein Opfer dieses Mal kennt, möchte er sie allerdings nicht auf brutale Weise töten, sondern gibt ihr eine Menge Schlaftabletten, bevor er sie stranguliert. Auch sie wird im Wald neben den früheren Opfern vergraben. Obwohl noch keine der Leichen gefunden wurde, ahnt die Polizei bereits, dass sie einem Serienmörder zum Opfer gefallen sein könnten, da sie alle in einem so kleinen Radius verschwunden sind. Sie suchen dringend nach Hinweisen, doch erstmal ergibt sich keine Spur. 4. November 1986, nur 27 Tage nachdem das Paar sein erstes Opfer umgebracht hat, wartet die 21-jährige Denise Braun an einer Bushaltestelle, als David und Catherine dort anhalten und ihr anbieten, sie mitzunehmen. Nachdem sie sie festgekettet haben, zwingen sie sie, bei einer Freundin anzurufen, der sie erzählen muss, dass sie für eine Weile nicht in der Stadt sein wird, aber dass sich niemand Sorgen machen soll. Da David wieder sein Messer benutzen möchte, nehmen sie Denise noch lebendig in den Wald mit, wo David beginnt, auf sie einzustechen. Nachdem er denkt, dass er Denise bereits umgebracht hat, steht sie plötzlich auf und versucht zu flüchten. David verletzt sie erneut mit einem anderen Messer. Er wirft sie in die Grube, die sie bereits im Vorhinein ausgehoben haben, doch wieder steht Denise auf und versucht zu flüchten. Daraufhin schlägt er noch mit einer Axt auf sie ein und spaltet ihr den Schädel. Weniger als eine Woche später, am 10. November, entführen sie die 17-jährige Kate Moyer. Am nächsten Tag, als David außer Haus ist, löst Catherine ihre Ketten und befiehlt ihr, bei ihren Eltern anzurufen. Sie muss ihnen erzählen, dass sie bei einer Freundin übernachtet hat und dass alles okay ist. Danach bringt sie sie zurück ins Schlafzimmer, um sie wieder anzuketten, doch bevor sie dies tun kann, klingelt es an der Tür. Sie lässt Kate unangekettet zurück, um zu sehen, wer dort ist. Kate nutzt die Gelegenheit sofort zur Flucht. Ohne Kleidung springt sie aus dem Fenster und rennt zu einem nahegelegenen Supermarkt, von wo aus die Polizei verständigt wird. Das Mädchen kann das Täterpaar gut beschreiben und hat sich auch ihre Adresse gemerkt. Darüber hinaus hat sie vor ihrer Flucht in einem Hohlraum in der Decke des Hauses ihre Tasche versteckt, als Nachweis, dass sie wirklich dort war. Kurz darauf werden David und Catherine verhaftet. Zunächst behaupten sie, die 17-jährige Kate hätte sich freiwillig bei ihnen aufgehalten. Doch die Polizei ist sich sicher, dass die beiden nicht nur sie entführt haben, sondern auch mit dem Verschwinden der anderen Frauen in Verbindung stehen. Nach einem stundenlangen Verhör, bei dem David nicht viel Preis gegeben hat, sagt einer der Polizisten scherzhaft zu ihm, Zitat, genug jetzt, lasst uns eine Schaufel holen und sie ausgraben. Darauf antwortet David, Zitat, okay, es sind vier Stück. Catherine und David führen die Polizei schließlich zu dem Ort, wo sie vergraben sind. Sie sind dabei sehr aufgeregt und wirken stolz, der Polizei das Ergebnis ihrer Taten zu präsentieren. Catherine sagt, dass sie selbst so besessen von David gewesen sei, dass sie seinem Wunsch zu den Taten nicht ablehnen konnte. Darüber hinaus erklärt sie, dass Frauen, wie ihr erstes Opfer Susanna, eine zerstörerische Wirkung auf Männer haben könnten und dass sie auch einen besonderen Hass auf ihr Opfer Nulin hätte. Vor der Polizei spuckt sie auf ihr Grab. Obwohl sie immer auf die Opfer neidisch wurde, erklärt Catherine der Polizei, dass sie es gleichzeitig sehr zufriedengestellt hätte, David bei seinen Taten zur Hand zu gehen. David selbst behauptet, die Taten sehr zu bereuen, da er denkt, dies würde zu einer milderen Strafe führen. Er sagt, dass er nach bestimmten Handlungen geradezu süchtig sei und deswegen keine andere Möglichkeit gesehen hätte, als mit Gewalt über Frauen herzufallen. Catherine und er werden jeweils wegen vierfachen Mordes angeklagt. Sie erhalten beide viermal lebenslängliche Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 20 Jahren. Die beiden dürfen sich nie besuchen, doch innerhalb weniger Jahre tauschen sie über 2600 Briefe aus. Nach einer Einschätzung des Generalstaatsanwaltes im Jahr 2005, dass David trotz seiner Möglichkeit auf Bewährung in Wirklichkeit vermutlich nie wieder entlassen werden würde, wird er in seiner Gefängniszelle hängend aufgefunden. Auch alle bisherigen Versuche von Catherine, auf Bewährung entlassen zu werden, wurden abgelehnt. Sie befindet sich immer noch im Gefängnis. Inzwischen befindet sich auch ein Vermerk in ihrer Akte, der besagt, dass sie nie entlassen werden soll. Der 38-jährige Juan Carlos Hernandez und die 44-jährige Patricia Martinez leben mit ihren drei Kindern in El Catepec in Mexiko. Am 4. Oktober 2018 machen die beiden sich zu einem Spaziergang auf den Weg. Eins ihrer Kinder ist erst wenige Monate alt und die beiden nehmen den Kinderwagen mit. Sie wissen nicht, dass sie bereits seit fast vier Wochen von der Polizei observiert werden. Drei Frauen, die in der letzten Zeit in der Gegend verschwunden sind, hatten alle ihren Angehörigen zuvor erzählt, dass sie eine andere Frau getroffen hätten, die ihnen versprochen hatte, ihnen ihre gebrauchte Kinderkleidung zu überlassen. Am 6. September hatte sich die 28-jährige Nancy Noemi Vitron zusammen mit ihrem zwei Monate alten Baby auf den Weg gemacht. Die beiden sind seitdem nicht mehr gesehen worden. Als die Polizei die letzten Telefongespräche der vermissten Frauen zurückverfolgt, kommen sie auf Juan Carlos und Patricia. Seitdem beobachten sie die beiden und versuchen Hinweise darauf zu bekommen, dass sie mit dem Verschwinden der Frauen in Verbindung stehen. Am 4. Oktober ist es soweit. Als das Paar mit dem Kinderwagen draußen unterwegs ist, kontrolliert die Polizei die beiden. Sie stellt schnell fest, dass sich im Kinderwagen kein Baby befindet. Als sie überprüfen, was stattdessen darin ist, finden die Ermittler mehrere menschliche Körperteile, darunter den Teil eines Oberkörpers einer Frau. Die beiden werden sofort festgenommen. Juan Carlos und seine Frau Patricia haben allerdings nicht nur die drei zuletzt vermissten Frauen auf dem Gewissen. Patricia sagt zunächst, dass sie innerhalb der letzten sechs Jahre zehn Frauen umgebracht hätten, doch Juan Carlos widerspricht und sagt, es seien 20 gewesen. Ihr erstes Opfer war eine 22-jährige Frau, der Patricia eine Anstellung als Haushälterin versprochen hatte. Als sie bei ihnen eintrifft, überwältigt Juan Carlos sie und nimmt sie mit ins Badezimmer. Als er mit ihr fertig ist, schneidet er ihr die Kehle durch. Patricia bereitet Teile ihrer Leiche für sich und ihren Mann zum Essen zu. Als nächstes bietet Patricia einem Teenager-Mädchen aus der Nachbarschaft, das ihr von seiner Geldnot erzählt an, ihm etwas zu essen zu machen. Sie willigt ein und wird ebenfalls von Juan Carlos in seine Gewalt gebracht und von ihm ermordet. Nach der Tat schimpft Patricia mit ihrem Mann, da das ganze Badezimmer voller Blut ist. Anschließend bereitet sie aus Teilen ihrer Überreste ein Chili zu, von dem die ganze Familie, also auch ihre Kinder essen. Patricia sagt, ihr drittes Opfer sei eine ältere Nachbarin gewesen, die sie nach ihrem Umzug in ein neues Haus im Jahr 2015 eingeladen hatte, mit ihr etwas zu trinken. Vermutlich hatten die beiden zu dem Zeitpunkt aber schon mehr Frauen umgebracht. Als nächstes bringen sie eine Frau und ihre zehn Jahre alte Tochter um. Wieder geht Juan Carlos absolut brutal vor. Er schreckt nicht davor zurück, das zehnjährige Mädchen genauso wie seine anderen Opfer zu behandeln. Und wieder kocht Patricia einen Teil der Überreste. Die junge Frau, die sie als nächstes in ihre Gewalt bringen, ist die Tochter der älteren Frau, die sie Anfang 2015 umgebracht hatten. Patricia hatte sie durch das Versprechen der Kinderkleidung in ihr Haus gelockt. Anschließend ermorden sie mindestens noch zwei weitere Frauen, darunter die 22-jährige Aletza Manetta Olgin, die sie am 25. April ebenfalls unter dem Versprechen von Kleidung eingeladen hatten, und Evelyn Rochas Matus, die dem Paar am 26. Juli zum Opfer fällt, bevor sie schließlich Nancy Noemi Vitron umbringen, was die Polizei dann schließlich auf ihre Spur führt. Laut Juan Carlos haben sie allerdings doppelt so viele Taten begangen. Die verbleibenden Überreste der Frauen vergraben sie überwiegend auf ungenutzten Grundstücken. Einige der Organe ihrer Opfer legen sie allerdings in Alkohol ein, um sie Santa Muerte, also dem heiligen Tod, der im lateinamerikanischen Raum angebetet wird, zu schenken. Das zwei Monate alte Baby ihres letzten Opfers, Nancy Noemi Vitron, haben die beiden übrigens nicht umgebracht. Sie haben es für umgerechnet ungefähr 800 Euro an ein befreundetes Paar verkauft, das sich ein Baby wünschte. Die Polizei kann das Paar ausfindig machen und das Baby an Nancys Hinterbliebene zurückgeben. Das Paar wird ebenfalls festgenommen. Bei Juan Carlos wird eine psychotische Störung festgestellt. Er hat öfter Halluzinationen und behauptet zum Beispiel vor den Ermittlern mehrfach, gerade einen Hund zu sehen. Darüber hinaus sagt er, dass er oft unkontrollierbare Kopfschmerzen hätte, die erst nachlassen würden, wenn er jemanden umgebracht hätte. Außerdem hätte ihn das Leid seiner Opfer immer äußerst amüsiert. Es sei aber nicht so gewesen, dass Juan Carlos die Opfer auswählte und Patricia als seine Komplizin einfach seine Befehle befolgte, sondern sie hat sich selbst sehr aktiv eingebracht. Sie hatte zum Beispiel selbst eine Liste geschrieben, auf der sie aufgeführt hatte, welche Frauen Juan Carlos in seine Gewalt bringen sollte. Viele der Opfer hatte sie ja selbst durch das Versprechen von Essen, Arbeit oder Kinderkleidung zu sich nach Hause gelockt. Ihren Aussagen nach hat sie zwei der Opfer sogar eigenhändig umgebracht. Sie sagt bei ihrem Verhören, dass sie kein Mitleid mit den Frauen hätte, da sie ja bestimmte Handlungen mit ihrem Mann durchgeführt hätten. Dazu wurden sie zwar mit äußerster Gewalt von Juan Carlos gezwungen, doch Patricia sagt, dadurch hätten die Frauen sie verraten und somit den Tod verdient. Eine Psychiaterin hält fest, dass die beiden einzeln zwar vermutlich ebenfalls kriminelle Handlungen begangen hätten, dass das Ausmaß aber vermutlich wesentlich geringer gewesen wäre, wenn die beiden sich nie kennengelernt hätten. Für acht Morde, die ihnen zweifelsfrei nachgewiesen werden können, erhalten Juan Carlos und Patricia jeweils eine Haftstrafe von 324 Jahren. Einige weitere Fälle, die möglicherweise auf ihr Konto gehen, wurden noch gar nicht verhandelt, so dass es möglich ist, dass die Strafen der beiden sich noch erhöhen werden. Was sagt ihr dazu, wie ist es zu erklären, dass Frauen gemeinsam mit ihren Partnern solche Taten begehen und dann hinterher auch noch neidisch auf die Opfer werden? Die Taten sind ja nicht spontan erfolgt, sondern alle Frauen hatten sie gemeinsam mit ihren Männern geplant, so dass man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass sie überrascht waren, dass ihr Mann dann bestimmte Handlungen mit ihnen begangen hat. Lasst mir wie immer gerne eure Meinungen dazu unten. Denkt auch daran, ein Like da zu lassen, dadurch kann das Video von mehr Leuten gesehen werden. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen, bis gleich!